Betz ey, alter, ich kann mir auch ein Panzerspiel kaufen, wenn ich sowas haben will, ey. Das ist doch nicht wahr hier, mann, der Geilkling ist der Scheiß vorbei. Och, nee, Alter, da kann ich mir echt auch ein Panzer-Game holen, Alter. Mann. Och, Mann, ey. Fünf Versuche gebraucht, ey, das ist zum Kotzen. Ich zerstöre ihn, halte durch. So, nee, Alter, kann ich mir echt schon ein Panzer-Game kaufen, ohne Mist. Nee, 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 nee. Oh, hier, Alter, es geht weiter, ey, ey, es ist nicht wahr. Ja. Was, alter, wo soll ich denn hin, ey, Mann. Oh, man kann es einfach übertreiben, Rocksteady, Alter, mit dieser Scheiß-Panzer-Kacke. Oh, nee, nee, ey. Gott, ist das nervig und anstrengend, ey, dieser Mist hier. Mich wahrscheinlich nicht einfach zu schlecht, ey, für sowas, nee. Ich stelle mir bei Batman-Game was völlig anderes drunter vor, als das hier nur auf Transformer-Milch irgendwelche Panzer-Kalzen-Klatschen, ey. Nee. Das haben sie scheiße gemacht, um ehrlich zu sinnen, ey. Also das ist am Anfang schön und gut gewesen, aber jetzt wird es einfach von extrem gepusht, ey. Wie sonst irgendwas, das geht gar nicht. Muss ich natürlich, sieben Stück muss ich jetzt nur ausschalten. Jetzt ist das Video völlig wieder von Arsch. Ich bin ja in fünf Videos mit, wo ich irgendwelche Panzer ausschalten musste. Und die sind natürlich alle auf den Fleck. Ja, das ist schon der Erste. Soll ich denn da jetzt, ey, es ist nicht normal. Ich hab keine Ahnung, aber es ist so belastend, ey. Es ist einfach nur nervig. Ich weiß nicht, wie ich denn hier ausweichen soll. Ja, schön. Zack, down, ey. Das ist so nervig, dieser Mist, ey. Mann, und jetzt verfolgen die irgendwie die besoffenen Pudeln, Mann. Da stelle ich mir ordentlich, ey. Die sind alle auf den Fleck. Wie sitzt, würdest du jetzt ausschalten? Sieben Stück. Ne. Das kennt der Mist nicht, weil er sich jetzt hier fünfmal dreht. Oh, geil. Die sind alle auf den Haufen. Wie willst du die jetzt... Ey, nee. Das haben die zrichtbeschissen gemacht, ey. Den Mist ja. Komm, scannt diese Fotze jetzt. Alter, sagt noch sechs Stück. Du, Programmierer, Cobra für Gegenschlag. Es ist vorbei, Batman. Gotham ist erledigt. Hier ist nichts. Er ist fort. Hat wohl hier wieder aufnehmen. Er wird schon einen Fehler machen. Du, offline. Du, offline. Du, offline. Sieh dich um, Batman. Sieh nur, was du Gutes vollbracht hast. Rechts im Radar. Guck dir das mal an. Wie soll ich da jetzt... Der konnte kein Ziel ausmachen. Weiter mit der Person hier, Kommande. Sir. Ja, genau. Der hat übelst schnell umgedreht, ey. Ja, genau. Ja, genau. Der hat übelst. Ja, genau. Der hat übelst. Wie soll ich da jetzt? Ja, genau. Dann bin ich. Ja. 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 4 lasst es dann bitte sein mit dem banzer ich würde aber jetzt ein bisschen batman wo sind die denn der dreh sich so beschissen um dass ich da nicht lang fahren kann geil jetzt kommt damit alle um die ecke das ist nicht zu fassen hier der mist ja der kommt bestimmt jetzt genau hier reingefahren du hast keine chance aber auch was zu machen taktik kannst du ja völlig klicken du musst auf gut glück bis irgendwie auf den arsch rankommen er dreht sich jetzt so krass um dass ich kommen scanner wie lange das braucht macht doch mal einfach hier ja er scannt den mist einfach nicht ja geil also ich lasse bei noch gewesen kurz vor schluss das ist nicht der plan auf den wir uns geeinigt haben ja Wie funktioniert der Cloud Burst? Die Energiequelle befindet sich im Inneren, hat aber ein Kühlsystem, um ein Überhitzen zu verhindern. Das ist die Schwachstelle. Ein Riss würde eine Kettenreaktion auslösen und den Cloud Burst zerstören. Und vielleicht auch den Panzer. Ich konfiguriere Ihres Scanner neu, sodass Sie die Kühlmittelleitungen ordnen können. Viel Glück, Sir. Und hier funktioniert der Scanner nicht. Ich muss unbemerkt näher herankommen. Wo geht's denn jetzt schon an? Ich bin zu weit weg für den Scanner. Ich muss näher heran, ohne dass der Neid mich bemerkt. Die Kühlmittelleitungen verlaufen vermutlich nahe der Oberfläche des Panzers. Die 60mm-Kanonen leuten die Schäden, können aber ein Schuss wird nicht ausreichen. Ich kann nicht lange bei der Waffe bleiben. Ich muss angreifen und mich sofort zurückziehen. Oh, Alter. Ja, geil. Jetzt hat er schön die Kontrolle verloren. Ey, das ist nicht zu fassen, ey. Ach, Mann. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal die 10 Dinge ausschalten. Warte. Heißt das, ich bin tot? Auf, Gruß. Steh auf. Ach, nee. Ach, Mann. Nee, nee, nee. Kann ich nichts zu sagen, ey. Kann ich einfach nichts zu sagen. Das ist mir... Weißt ich nicht. Das hat mit Batman nichts zu tun, ja. Ohne Mist. Ja, ja, Batmobile fahren schön und gut und das und dies und jenes. Aber ey, hier, ich bin genau in der Mitte gelandet, ey. Das verfolgt mich gleich wieder. Das hat für mich ja nichts mit Batman zu tun, ey. Ohne Mist. Es war irgendwo cool gewesen, ganz am Anfang, ey. Aber das ist einfach nur noch nervig hier. Ja, ich weiß nicht, wie es andere Spieler, wie die andere Spieler, sie bitten. Wahrscheinlich fand ich es geil. Ich finde es einfach noch nicht cool. Ja, dann scannt er nicht. Weil ihm schnell da ist. Wie schnell da ist, ey. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt komme ich mir nicht vorbei, ey. Ballert er mich dazu. Will ich schon gar nicht. Wollte ich auch nie haben, so ein Panzerkack. Er versucht, den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde. Er darf nicht gewinnen. Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Ich brauche keine Erlaubnis, um dich zu töten. Ich bin bestimmt genau hier hochgefahren. Ich denke, das ist ein Jogger. Ich denke, das ist ein Jogger. So, wer ist die Kamera cool fürs Bett, wie ihr findet. Für mich. Alter. Kriegst du dich jetzt mal los, oder was? Oder was? Kriegst du dich mal los hier? Der Cloudburst ist kein Köderneid. Er gehört mir. Und wenn man sagt mir. Ach, das ganze Video mit so einem Panzerkolümbel vergeudet, naja, was soll's? Ach, mit meinen Freunden, da bin ich jetzt auch fast vorbei. Schade ey, ich hab echt nicht gedacht, dass es hier so überhand, ich meine klar, das Bettmobil muss auf jeden Fall übelst in Szene gesetzt werden, aber was es so überhand nimmt, hätte ich nicht gedacht. Da darf ich mir auch jeder sagen, jammer, 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 mi, 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 aber irgendwie ja, find ich's halt nicht so geil.